So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es noch mal zum letzten mal für dieses Jahr von mir einen Fontänenverbund bzw. Vulkanverbund. Hier haben wir den Vesuv von Keller. Es sind insgesamt 24 Stück wieder mit Tape mit verleitet, damit das ganze auch schön auf Schlag zündet und ich denke das sollte auch richtig geil werden. Es sollte wieder eine schöne Front untergeben und da würde ich sagen sehen wir uns wieder gleich bei der Zündung. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es geht so weit, immer weiter. Bis zum nächsten Mal.